Willkommen zurück zu Star Fox 2, Leute. Ja, Andross ist ein Lausbub gewesen beim letzten Mal, hat Cornelia zerstört und das kann ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen. Deswegen habe ich einen neuen Run gestartet, den ich in den ersten Minuten dieses Parts mal kurz für euch zusammenfasse, soweit wie ich es schon gespielt habe. Ihr werdet also gleich noch sozusagen live kommentierte Footage sehen, aber im Moment fasse ich jetzt erstmal kurz ein paar Geschehnisse für euch zusammen. Denn in diesem Run sind schon ganz nette Dinge passiert. Zunächst einmal ging es auf in Richtung Battle Carrier, den muss ich euch jetzt nicht komplett zeigen, weil ist halt nichts Spannendes dran passiert. Mal eben schnell den Battle Carrier zerstört und dann wollte ich eigentlich auf in Richtung Eladart, weil auf Eladart befindet sich etwas elementar Wichtiges für uns, was wir uns unbedingt schnappen sollten. Doch dann stellte ich fest, hoppala, ich muss ja zurück nach Cornelia. Doch leider war es schon zu spät, eine Rakete würde Cornelia direkt treffen. Und zurück auf Cornelia stellte ich dann erstmal fest, was für eine Rakete. Nämlich dummerweise, und das habe ich nicht beachtet, eine 6-Komponenten-Rakete. Und 6 Komponenten bedeutet in diesem Fall, dass Cornelia 30% Schaden nimmt. Ja, und trotzdem ist das der Run, den ich aktuell spiele, bei dem ich aktuell hoffe, dass wir ihn auch durchbekommen. Und weswegen ich jetzt hier auch direkt eine Bombe geschmissen habe, damit ich nicht noch mehr Zeit verklemmere. Ja, also das ist der Run, den wir aktuell spielen. Tatsächlich, ich ziehe es jetzt durch mit den 30% Schaden und es ist ein bisschen riskant. Aber der Grund, warum ich das tue, warum ich relativ zuversichtlich bin, dass wir das vielleicht doch schaffen, diesen Grund seht ihr jetzt hier auf Eladart. Denn auf Eladart, das kann ich euch so als Tipp geben, befindet sich etwas, was sehr, sehr wichtig ist für euren Run. Und dann, was auch immer da ist, ihr werdet es gleich sehen, das ist nämlich hier, dieser nette Doppellaser. Der befindet sich immer hier an dieser Stelle, egal welchen Run ihr spielt. Ihr müsst natürlich auch Glück haben, dass Eladart zu den betroffenen Planeten zählt. Aber hier könnt ihr euch immer den Doppellaser schnappen. Das habe ich auch in diesem Fall getan. Und es ist wirklich wichtig, dass ihr den habt. Damit könnt ihr so viel Zeit sparen in den Kämpfen mit den Gegnern. Schnappt ihn euch. Ja, hier drin war der Schalter. Man kann auch irgendwo das Feuer ausschalten. Ich weiß allerdings nicht genau wo. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, läufst du lässig durch die Flammen und wieder zurück. Was soll schon passieren? Wir haben halt ein bisschen angekokelt. Es gibt Schlimmeres. Wir hatten Slippy in unserem Team. Wir haben also schon schlimmere Dinge gesehen. Ja, schlimmere Dinge unter anderem nehme ich auch mit diesem Gegner hier. Warum ich den jetzt zeige, warum ich jetzt den langen, atmigen Kampf mit diesem Gegner hier zeigen werde. Zum einen, weil ich zu diesem Zeitpunkt dachte, oh Mann, toll. Diesen Run direkt zu Beginn verkackt. Weil es sah sehr, sehr stark danach aus, als würde der mich töten. Ich habe irgendwie enorme Probleme mit diesen Krabbelviehchen. Ihr seht, ich habe jetzt schon kein Schild mehr. Doch wenn man denkt, man hat es verkackt, dann wird einem manchmal auch ein Rettungsring zugeworfen. Und dieser Rettungsring. Ihr seht ihn hier oben. Und das ist der Grund, warum ich diesen Run, der bisher noch nicht so gut lief, weiter fortsetzen möchte und für euch weiter kommentieren möchte. Das ist der Hyperlaser. Ihr habt es gesehen. Wir haben jetzt einen Hyperlaser. Das bedeutet, wir brauchen keine Angst mehr vor Starwolf haben. Wir brauchen keine Angst mehr vor den meisten Bossen hier zu haben. Oder Zwischengegnern. Oder Kernen. Oder was weiß ich was. Wir haben jetzt eine Waffe in unserem Besitz. Und man konnte natürlich nur noch hoffen, dass ich diesen Kern hier überstehe. Und glücklicherweise habe ich ihn überstanden. Ja, jedenfalls mit dieser Waffe im Besitz bin ich sehr, sehr zuversichtlich, dass wir uns sehr, sehr gut schlagen werden. Und jetzt ist natürlich die Frage, inwieweit spielt es eine Rolle, dass wir bereits zu Beginn eine 6-Komponenten-Rakete durchgelassen haben, die uns 30% Schaden gemacht hat. Ihr seht, vor Corneria ist ordentlich was los. Unter anderem diese nette Rakete hier. Bei der sich direkt aber bemerkbar macht, mit Hyperlaser. Klappt das eigentlich ganz gut. Weil damit sind diese einzelnen Komponenten hier rucki zucki zerstört. Ja, Drama vor Corneria auf jeden Fall. Ein paar Angriffe, die ich erstmal abwehren musste, die ich jetzt aber nicht alle im Detail zeige. Ja, aber das hier nochmal als Beispiel. Der Hyperlaser in Action gegen diese Rakete hier. Um Corneria aus dem Würgegriff von Andross zu befreien. Ja Leute, und das, was jetzt kommt, das ist wieder live kommentiert. Viel Spaß. So Leute, ich bin gespannt, was jetzt passiert. Den Angriff auf Corneria habe ich erfolgreich abgewehrt. Es ist nichts mehr da. Keine Rakete. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal auf Richtung Macbeth. Andross hat tatsächlich seine Raketen noch nicht gelauncht, bis hier, also die anderen Planeten noch nicht eingenommen und von dort seinen Super-Raketen-Angriff gestartet, wie beim letzten Mal. Insofern schauen wir mal, ob ich das jetzt hinbekommen und den zweiten Planeten befreien kann. Macbeth. So. Don't land. Sag sowas nicht, Falco. Natürlich lande ich, weil hier ist der Schalter. Hier habe ich den Schalter. Ach ja. Wir haben schon ordentlich Schaden auf Corneria. Ich hoffe, dass ich das schaffe. Ich möchte eigentlich keinen zweiten Run hochladen, den ich verkacke. Aber sollte das der Fall sein und wir werden tatsächlich nochmal drauf gehen oder Corneria wird nochmal fallen, dann werde ich das irgendwie zum nächsten Mal auch nochmal so ein bisschen für euch zusammenfassen und vielleicht wirklich bis zum Ende die Geschehene sind nur zusammenfassen, dass ich den Rest irgendwie offscreen mache oder so, weil ansonsten wird es ein bisschen deprimierend. Aber wir gucken mal. Für den Moment bin ich zuversichtlich, dass wir das mit dem Hyperlaser schaffen. Nightnack. Knickknack. Hallo Knickknack. Wo bist du? Ich mach dich fertig. Diese Waffe ist so schön, auch wenn sie dafür sorgt, dass wir nur zwei FPS haben. Das FPS Problem ist wirklich übel. Das muss man wirklich sagen. Das ist selbst für damalige, selbst für SNES Verhältnisse ist das wirklich, wirklich mies. Also, muss man leider so sagen. Das ist wirklich, das ist eigentlich eine Katastrophe, aber trotzdem hat dieses Spiel wirklich sehr, sehr gute Ansätze. Muss man also wirklich sagen. Die taktische Komponente hier gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Und ihr seht, wie fordernd der Expertenmodus ist. Also es ist auch wirklich was, wo du dich ordentlich reinhängen musst. Das ist kein einfaches Star Fox Spiel und wir ziehen das Ganze ohne Cheats, ohne Safestates durch. Es wird schwierig. Aber Knickknack wiederum war nicht schwierig. Den haben wir mal ordentlich fertig gemacht hier. Nightnack. Ritterrob. Ich erinnere mich daran, dass er Ritterrob hieß in der deutschen ROM. Der gefiel mir, der gefällt mir Knickknack gefällt mir irgendwie besser. Oder Nightnack. Hat doch was. Dann kann ich ihn schön Knickknack nennen. Wo muss ich eigentlich hin? Muss ich da hin? Ich muss da hin. Ich gehe da hin. Habe ich mir spontan so entschieden. Hayo. Hayo, das ist die Steckherren. So, äh. Er hat natürlich so ein dämliches Schutzwand. Ich bin froh, dass er die auf Ella da nicht hatte. Weil, ihr habt es gesehen. Ich hatte keine Energie mehr. Wegen diesem scheiß Krabbelvieh. Das ging mir total auf die Nerven. Aber, auf der anderen Seite muss ich diesem Krabbelvieh dankbar sein. Weil, dank dem haben wir jetzt überhaupt erst den Hyperlaser. Höhen und Tiefen hatte dieser Run bereits. Jetzt wollen wir ihn angünstig was anständig zu Ende bringen. Ich labere schon wieder viel zu viel Mist. Hier habe ich den Hyperlaser. Nimm ihn und stirb, du Kern. Des Pudels Kern ist vernichtet. Oho. Gut so. So und nicht anders muss das in diesen Landen laufen. In diesen geheimen Ländern, wie auch immer, des Andros. Im Moment gehören sie zumindest ihm. Bald gehören sie wieder uns. Gut. Magbeth und Eladad. Okay, und er schickt noch immer seine Raketen nicht auf mich. Stattdessen will er jetzt zusehen. Das liegt, das liegt bestimmt daran, dass der Zerstörer noch da ist. Das letzte Mal hatte ich beide Zerstörer zerstört. Direkt zu Beginn. Und diesmal habe ich einen übrig gelassen. Ich nehme mal an, dass er diesen Planetenangriff erst startet, wenn beide Zerstörer vernichtet sind. Jetzt muss ich allerdings auf den Zerstörer gehen, weil der bereitet bereits die Planetenkanone vor. Und, ähm. Oh, sehr gut. Sehr gut, der Satellit. Und das ist natürlich schlecht. Deswegen sehen wir jetzt mal zu, dass wir das Ding vernichten. Danach wird Andros natürlich alle Planeten wieder einnehmen. Aber wir haben trotzdem bisher eine relativ gute Ausgangsposition. Vor allem sind wir jetzt schon wieder in Richtung Corneria, wo die Raketen ja auch hinfliegen werden. Das letzte Mal waren wir auch viel zu weit hinten gewesen, um da rechtzeitig hinzukommen wieder. Die Great Fox hatten wir ja nicht. Als Möglichkeit, um wieder, ähm. Uns schnellstmöglich nach Corneria zu warfen, weil die, ähm. Weil die Great Fox ja wieder nach Corneria geschiftet wurde, sozusagen. Und, ja. Jetzt sind wir schon in Corneria und können das Ganze ein bisschen entspannter angehen. So. Also ich sehe seinem Raketenangriff gelassen entgegen. Gelassen vielleicht nicht, aber gelassen, naja. Hoffen wir einfach, dass alles gut läuft und dass ich jetzt keine Leichtsinnsfehler mache. Weil mit dieser Waffe muss man es eigentlich schaffen. Wenn ich es trotz Hyperlaser nicht schaffe, dann weiß ich nicht, wie ich es überhaupt schaffen soll. Dann muss ich vielleicht doch irgendwie auf Safe States zurückgreifen. Aber eigentlich will ich es nicht mit Safe States machen. Es soll ja, es soll ja besser sein als das erste Let's Play. Oh, eine Bombe. Eine Bombe. Eine Bombe. Oh, yippee. Das ist wirklich leider nur eine. Schade. Ich hatte gehofft, ich würde jetzt nochmal drei oder vier kriegen. Das wäre jetzt cool gewesen. Da hätte ich mich gefreut. So, ja. Aber auch so freue ich mich, weil Bomben sind elementar. Sehr, sehr wichtig. So, und du stirbst, du Krabbelvieh. Die habe ich jetzt in Narren gefressen. Aber gut, du gibst mir Energie. Also du bist mir eigentlich sogar ganz wohlgesonnen. Klar, du willst mich töten. Aber wenn du dich dann besiegen lässt, dann... Ähm. Ja. Tust du sozusagen Buße, indem du mir nette Items zukommen lässt. Wie Energie oder Hyperlaser. Juhu. Gut. Auf zum Kern. Den Zerstörer zerstören. Und dann mal gucken, wie es vor Corneria aussieht. Ah, sehr gut. Mal ein ganz normaler Kern. Keine dumme Spielerei, wo wir ewig davor sitzen. Naja. Gut, ein bisschen. Ist dann schon. Wir müssen ja hier natürlich erstmal alle Komponenten vernichten. Gut. Ah, das geht flott. Sehr schön. Beide Zerstörer sind es vernichtet. Jetzt muss Andross reagieren. Und ich bin gespannt, wie er reagieren wird. Bestimmt nicht allzu nett. Good show. Oh, vor allem muss ich eine Störer hier außer Gefecht setzen. Er reagiert immer noch nicht. Oh mein Gott, wie cool. Habe ich einfach nur Glück? Ist das irgendwie total red? Oh nein, nicht der. Oh, das ist eine fiese Formation hier. Gut. Wegen dem hier. Der worbt sich weg? Und dann ist er auf einmal ganz woanders und hat so komische Charge-Shots, die sehr, sehr nervig sind. Das ist eine sehr, sehr fiese Gegner-Kombination. Ich hoffe, dass ich ihn erwische. Ja, 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 ja. Ich habe ihn nicht erwischt. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. Haha. Und ich habe ihn. Gut. Puh, Gott sei Dank. Nicht so schlimm, wie ich dachte. Weil der hat mich schon mal echt zur Verzweiflung getrieben. Okay, Andross muckt sich immer noch nicht. Können wir die Rakete noch aufhalten? Können wir nicht. Aber zum Glück war es nur eine Komponente. 5% Schaden. Wir sind jetzt bei 40%. Und da oben kommt ein Virus auf uns zugeflattert. Den machen wir erstmal platt. Okay, halt, 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 halt. Mir fällt gerade was auf. Halt, stopp. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir gehen jetzt einfach nochmal raus hier. Und bekämpfen den Virus nicht. So, warpen wir uns aber trotzdem erstmal... Ich will jetzt doch erstmal... Moment. Ich will jetzt doch erstmal mich wegwarpen. Warpen wir uns nach... Meteor. Ho, 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 ho. Delightfully devilish, Seymour. So, jetzt können wir das regeln. Ist sowieso einfacher. Ihr haut ja sowieso in den meisten Fällen ab. Jetzt bin ich wenigstens mal in der Mitte. Von Meteor aus fühle ich mich ein bisschen wohler. Weil das macht natürlich Sinn. So, der wäre erstmal wieder freigelegt. Das macht natürlich Sinn, das Ganze von der Mitte der Karte aus zu erledigen. Vor Corneria passiert ja jetzt nichts mehr. Und so habe ich auf jeden Fall die Great Fox irgendwo in der Nähe. Und kam mich schnell irgendwo hin, wo ab und zu Not. Deswegen habe ich das jetzt gerade gemacht. Jetzt kommt's, oder? Ja, da ist es. Er nimmt die Planeten ein. Gag, ja, ha. Aber diesmal sind es nur vier Raketen. Und dieses Mal bin ich wesentlich besser positioniert. Und das war ziemlich dämlich. Weil die Great Fox jetzt wieder weggeschiftet wurde. Und das, was ich gerade gemacht habe, komplett sinnlos war. So, hier haben wir sechs Raketen. Da oben haben wir vier Raketen. Also das heißt, die beiden dürfen wir nicht durchkommen lassen. Da haben wir eine. Und da haben wir nochmal eine. Okay. Diese beiden können wir zur Not vernachlässigen. Wichtig ist, dass wir die in der Mitte und die oben von Titania aus erledigen. Die beiden sind am allerwichtigsten. Das heißt... Boah, ich nehme erst mal die, die mein Meteor ist, vielleicht. Das wird das allerbeste sein. Und dann gucken, dass wir da hochkommen. Oh, sehr schön. Das Latellitensystem. Das hatte ich gar nicht beachtet. Umso besser. Umso besser. Gut. Das können wir dann jetzt ganz entspannt angehen zum Glück. Oh Mann. Manchmal ist mir das Glück doch heult. So. Stopp. Du bleibst hier. Oh Gott. Die vier sind auf einmal gesprengt worden. Sehr gut. Und eine noch. Yippie. Ich bin besser als Slippy. Ja, genau. Gut. You've surprised me. Oh, jetzt haust er alles raus. Jetzt... Jetzt... Jetzt kommen die Zerstörer wieder. Okay, jetzt haut er doch alles raus hier. Andross Schlussverkauf. Alles muss raus. Oh, weia. Jetzt habe ich ein Problem. Ich wollte eigentlich Meteor machen. Ich glaube, das machen wir trotzdem. Oh, fuck. Das Muttersöhnchen. Die alte Schweineschwarte. Was machst du denn hier? Oh, weißt du was? Mit meinem Hyperlaser im Gepäck machst du mir keine Angst mehr. Au. So, dann eben so. Komm, das dauert mir sonst zu lang. Hier sind Raketen unterwegs. Und alles mögliche und Zerstörer. Da kann ich mir jetzt bei dem leider nicht so viel Zeit lassen. Wir haben hier zum Glück noch Bomben. Die eine Extra-Bombe hat sich also schon mal bezahlt gemacht. Oh, okay. Ich würde sagen, die eine Rakete hier noch und dann. Dann gehen wir nach Meteor. Weil hier, die macht nur 5% Schaden. Mein Gott, die kriegen wir sowieso nicht mehr. Die vernachlässigen wir jetzt einfach mal. Wichtig ist, dass Meteor befreit wird. Dass ich da wieder hin kann. Und dass wir vor allem einen Planeten weniger haben, von dem Raketenangriffe aus stattfinden können. Dann fühle ich mich hier nämlich wesentlich wohler. Und ob mir das gelingt, ob wir auf Meteor Schwierigkeiten bekommen oder nicht. Oder ob wir einen Triumph erringen. Das erfahrt ihr im nächsten Part. Untertitelung des ZDF für funk, 2017